so aufnahme läuft ganz schnell schnell wird es immer bei mir eher nicht aber gut ich lasse die playlist einfach genau da weiterlaufen wo wir sie das letzte mal hatten dann dürfte da auf jeden fall nichts wiederholendes kommen aber es ist klar dass es immer mal passieren kann ist ja auch wichtig quatsch schon wieder hier wegen wegen der musik rum dabei soll die musik einfach im hintergrund laufen und ansonsten sollte gar nicht weiter von bedeutung sein okay gut einmal kurz wieder glücksspiel ich warte auf den tag an dem ich einfach den ersten buchstaben richtig habe ich mein klar 1 26 wahrscheinlichkeit aber ist ja nicht unmöglich ne wow wow heute wieder richtig pech okay so wir starten mit nördl wir starten mit nördl wenn ich finde ach da da ist nördl okay und zwar weil ich jetzt ja nicht weiß wie lange das video und so weiter und mal gucken wie lange ich motiviert bin 90 minus 14 ist gleich 4 76 da haben wir 6 zahlen drin ja mein minus drin wir haben ein ist gleich drin und wir können mal gucken was hier sache ist zack oje ok minus ist raus 146 ist dabei das einzige was richtig liegt ist aber das ist gleich als es wird eine zweistellige zahl das ergebnis sein so ja da ist noch sehr viel grundsätzlich möglich was er nicht möglich ist dürfte ein geteilt durch sein also ich meine ich kann hier wobei doch theoretisch könnte man sogar geteilt durch mit einbauen wäre wäre denkbar probiere ich jetzt gleich mal das probiere ich jetzt gleich mal weil es mich weil es mich reizt ich brauche eine dreistellige zahl am anfang nehmen wir mal 125 das teilen wir mal durch fünf jetzt gucken wir mal ob wir da noch was unterbekommen was ist in 125 durch fünf jetzt habe ich jetzt habe ich wieder sachen gebaut hier fünf mal 20 ist 100 fünf mal 25 okay wer 25 ja gut ich muss natürlich die vier und die sechs mit rein bekommen ist klar aber ich meine nur so könnte man grundsätzlich natürlich sagen dass man auch mit teilen auf ein zweistelliges ergebnis kommt das ist was ich nur kurz demonstrieren wollte so jetzt bauen wir mal was wo die zahlen vorkommen die wir haben als wir haben 146 machen wir doch einfach mal durch zwei und gucken mal ob da was rauskommt wo die zahlen bisher ausgeschlossen sind 146 durch zwei ist 73 ja die 7 ist raus siehst du geht schon nicht okay was ist mit 164 durch 2 164 durch 2 164 durch 2 ist 82 das wäre noch im rahmen ja also das könnte jetzt eine möglichkeit sein ich glaube nicht dass ein geteilt durch vorkommt aber es ist eine möglichkeit ich habe alles drin was ich brauche ich habe eine einzelne ich habe eine 6 ich habe eine 4 drin das ist gleich ist an der richtigen stelle und alles andere ist ja noch nicht ausgeschlossen insofern kann man nur sagen wir kontrollieren das hier mal und gucken was sache ist ok es ist tatsächlich oh mein gott es ist tatsächlich eine teilung die auf diese art und weise funktioniert ich werde bekloppt aber dann natürlich andere werte dann natürlich andere werte ok ober ist erober aber es kommt was mit acht raus das macht auch schon wieder spannend weil jetzt sind auch viele zahlen ok interessant sehr interessant ich hoffe auf den nächsten versuch kriege ich sind ich hoffe auf den nächsten versuch gris hin ich hoffe es ist möglich wir gucken mal wir gucken mal also ich weiß aber noch nicht durch welche zahl ich teile ich kann jetzt noch teilen durch 3 4 5 und 6 und 8 kann ich theoretisch auch noch teilen wobei durch 8 ist eher unwahrscheinlich ok sagen wir mal wir haben es sind noch viele möglichkeiten also ich glaube nicht dass ich es auf den dritten versuch hinkriege aber das wird eine interessante teilung tatsächlich ja boah jetzt nehmen wir mal an das ergebnis ist 84 so jetzt nehmen wir mal an wir teilen durch 3 3 mal 84 wer aber was mit 200 vorne geht also nicht jetzt nehmen wir mal an wir teilen durch 4 4 mal 84 4 mal 80 ist 320 4 mal 4 ist 16 320 plus 16 macht 336 das wäre möglich aber jetzt ist keine eins dabei das doof keine eins dabei ist schlecht ok kann also nicht sein ich bleibe aber mal dabei dass wir durch aber wir könnten ja zum beispiel auch ich muss irgendwas mit einer 1 wo kriege ich die 1 her die 1 die 1 könnte im ergebnis sein 81 81 würde ich fühlen 4 mal 81 4 mal 81 ist nämlich 4 mal 80 ist immer noch 320 4 mal 1 ist 4 ist 324 ok die 2 ist raus geht nicht 5 mal 81 5 mal 80 ist 400 und 5 mal 81 ist dann 405 jetzt ist allerdings die 6 nicht dabei geht auch nicht geht so erstmal auch nicht geht so erstmal auch nicht ähm ok 85 ah warte ich habe einen habe ich 81 mal 3 schon getestet achso ne das wäre ja was mit 100 vorne das geht auch nicht ok 86 als ergebnis ist ausgeschlossen hatte ich jetzt mit 81 überhaupt schon alles durch ne ich hatte 81 mal 6 noch gar nicht was wäre denn 81 mal 6 oh 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 passt mal auf passt mal auf 81 mal 6 ah ich sehe es auch gerade die 4 darf gar nicht der 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 devisor sein die 4 darf gar nicht das sein ähm ok also 81 mal 6 6 mal 80 sind warte 480 wäre 486 ok watch out 486 die zahlen sind so rum erlaubt teilen wir durch 6 ist auch erlaubt kommt raus 81 dann habe ich alles eingebaut was ich brauche ich habe alles eingebaut was ich brauche selbst wenn das jetzt falsch sein sollte haben wir auf jeden fall weitere erkenntnis gewinne was die position von den zahlen angeht weil die zahlen kommen vor die wir brauchen es ist noch nicht ausgeschlossen dass die 8 doppelt ist ja doch ich fühle die rechnung die rechnung fühle ich let's go ok das ergebnis ist jetzt aber tatsächlich 81 und das macht jetzt natürlich sehr leicht das macht jetzt natürlich sehr leicht was habe ich jetzt bisher ausgelassen die 8 die 8 habe ich ausgelassen also weil 3 mal 81 haben wir schon festgestellt ich bin blöd ne ne 3 mal 81 kann es deswegen nicht sein weil ja die 2 gar nicht dabei ist genau 4 mal 81 kann es nicht sein weil die 4 ausgeschlossen ist an der stelle 5 mal 81 wäre 405 ja da kommt die 6 überhaupt nicht mehr vor kann ich auch nicht machen 6 mal 81 hat man gerade ist raus ja dann muss es ja 8 mal 81 sein so 8 mal 80 ist 640 das ist 648 648 äh 648 ja die 4 hier das ist die einzige position wo die 4 noch stehen kann die 8 ist hier erlaubt die 6 ist hier erlaubt ja das ist es 8 ist 81 ok hätte man vielleicht auf den dritten schaffen können bin mir nicht sicher bin mir nicht sicher ich glaube da habe ich ein bisschen hier gestruggelt aber jetzt muss es auf jeden fall richtig sein sehr schön ok ok gut 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 ja schön nördl nördl ist einfach toll ok lasst uns gleich ins quirtle gehen lasst uns gleich ins quirtle gehen ich mache mal die musik ein bisschen lauter ich höre die fast gar nicht mehr irgendwie so ähm was hatten wir hatten gestern pause als guter start ne pause war ein super start ok jetzt fehlt noch wieder i und o wir machen einfach kommen wir machen einfach das gleiche wie gestern so voice zack wobei das ist bisschen blöd wie dem e das e gewinne ich dadurch halt nicht dazu ach komm ist jetzt egal so zack ok äh ja gut viel hat sich dazu noch nicht so getan jetzt würde ich gerne noch was mit dem n machen und das welcher buchstabe kommt am häufigsten vor das a kommt zweimal vor das e kommt einmal vor das i kommt auch zweimal vor also wenn ich jetzt es schaffen würde etwas mit n a i und so zu basteln wäre das schon ganz cool wie das fern ähm ich hätte dann wort lette letten kennt schreibt man letten anders her bin ich blöd will aber wie so mag er das nicht schade war voll stolz auf mein wort das jetzt blöd okay wir nehmen zweit ane das ist ja nur ich wollte ja was mit auch noch a und i okay warte an tic dann haben wir das c noch kontrolliert ob das c da drüben vielleicht liegt wir haben ein t kontrolliert wäre mein t kontrolliert ein n kontrolliert das a liegt wo anders das liegt woanders ja ich denke wir können mal antik nehmen okay so ich denke jetzt können wir uns mal an unten links wagen denn wir haben s c n i o das sind fünf buchstaben das sind fünf buchstaben und wir wissen schon dass ic liegt da das o liegt da also müssen wir nur noch das s und das n passieren passen setzen ja dann hätten wir sonic sonic weil nosic wird es nicht geben also nosic nein dann haben wir es noch nicht okay nicht der igel na sonne gibt es ja auch so gut aber das schon mal so ac und c ist jetzt noch nicht so viel aussagekräftig das haben wir da oben i n t jetzt aber nicht so aussagekräftig und da haben wir ate okay ich sollte noch ich sollte noch ein neues wort bauen ein wort bei dem bei dem das ja welchen buchstaben haben wir den aktuellen jetzt noch am häufigsten vertreten sind t und arm wir am häufigsten vertreten dann würde ich was mit t und a auf jeden fall machen und noch wäre mehr 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 testen ich würde gern mal das tier an den anfang setzen dann ein r a trade ok trade ist nicht ganz so geil weil das ist schon da hinten und da ist es schon nicht noch was besseres train gäbe es noch aber das n haben wir halt auch das kommt halt nur da oben vor aber ich habe ja eh noch nen also ich habe ja noch einen gas übrig und dann erst muss ich wirklich alles richtig kriegen ich denke ich mache das mal so weil das a könnten jetzt glück haben mit dem a könnten wir glück haben mit dem n könnten wir da oben glück haben das t ist auch eine neue kontrolle t ist auch noch mal eine neue kontrolle r haben wir noch gar nicht kontrolliert ja komm wir machen es mal okay okay es hat doch an gewissen stellen was gebracht an gewissen stellen hat es was gebracht jetzt haben wir hier das t am anfang dann gibt es noch ein a und es gibt noch ein e und das a kommt aber nicht als nächstes definitiv nicht das kommt entweder ganz hinten oder als vorletztes ja da ist noch viel möglich da ist noch ein bisschen zu viel möglich für bei geschmack ich meine wir könnten mal bauen ich würde das einmal ans ende setzen gedanklich gibt es tecla nein teach an das ist an der mitte kein teach ich würde schon sagen dass das jetzt kommt doch bin ich eigentlich der überzeugung jetzt ein anderer buchstabe und dann das a vielleicht tefal ist eine firma aber ich glaube das gibt es nicht als dinge nachher tebal nee tekal nee c ist ja raus te tebal tebal ne stelle ich mir alles komisch vor te meintes a kann ja auch am ende sein ne so keine ahnung tecla temmler puh puh naja ich sehe spontan kein wort was mir einfallen will da oben ok lasst uns mal die anderen anschauen also das n ist nicht das n kann nur noch an der vierte oder an der ersten stelle sein lassen wir uns mal an der ersten stelle setzen dann könnte das i jetzt kommen jetzt darf kein t kommen jetzt müsste was anderes kommen dann könnte das t kommen theoretisch aber in i sieht schon komisch aus sagen wir mal das wort hört auf nti auf das wäre ja möglich nti könnte das wort aufhören gibt es minti äh ne mint ne hä bin ich dumm was habe ich gesagt nti minti nein ginti dinti winti winti sinti linti minti kinti ne das ist alles komisch das ist sehr komisch was machen wir denn was machen wir denn ich meine ich kann nochmal was mit nem t bauen und das t an ne andere stelle setzen ich denke das ist gar nicht so dumm ich denke das ist gar nicht so dumm ich baue nochmal ein wort mit nem t und versuche andere noch einzubauen Ich will ja nicht Tee am Anfang haben. Ich habe gerade was mit Tee am Anfang überlegt, aber da will ich es ja gar nicht haben. Ich will aber auch nicht am Anfang haben. Das bringt mir ja genau nichts. Achso, nee, das Tee ist ja auch nur noch, hmm. Die sind alle, die sind alle schon, ja, ja. Die sind alle einzeln, das ist eigentlich egal. Es ist eigentlich egal, womit ich arbeite. Okay, warte mal. Achso. Achso. Nee, da ist ja gar kein A. Boah, es ist gar nicht so leicht. Da unten haben wir A, C, aber keine anderen Buchstaben bisher gefunden. Der R ist nicht dabei, also ist sowas wie Quack raus. Hm. Hm. Ah, ich bin schon wieder so in diesem Halb-Einschlaf-Modus. Also das N darf nicht, dürfte am Anfang, okay, lassen wir das N am Anfang noch. Gehen wir es mal noch mal so an. Nie. Aber auch da, ich sehe kein, ich sehe nicht, wo das liegen. Ich sehe es nicht. Lass mal mit I starten, dann kommt nichts und am Ende kommt NT. Lässt sich da irgendwas draus machen. Weil draußen lässt sich aber irgendwie auch nichts machen. Boah, ich habe halt keine Ahnung, was ich jetzt noch tun könnte. Ich meine, ich habe noch einen Gäst, danach müssen alle sitzen. Ah. Ich würde gerne das K noch kontrollieren, irgendwie so ein bisschen. Das E würde ich gerne noch woanders hinsetzen. Okay, lass mal was ausprobieren. Hm, hm, hm. Ach, ganz ehrlich, wir machen mal Tesla. So. Dann ist das E noch mal neuer Test. Das T ist ein bisschen ungünstig, das ist an der gleichen Stelle. Das S wäre schon raus. Das L wird getestet, das A wird getestet. Ist nicht so optimal. Aber man kann mal gucken. L haben wir da unten jetzt dazu gewonnen. Okay, aber ab jetzt muss ich richtig liegen. Aber jetzt muss ich mit allen richtig liegen. Das ist nicht gut. Ab jetzt muss ich mit allen richtig liegen. Okay, wir haben da unten A, C und wir haben ein L am Start. A, C, L kann es nicht sein. Ah, Black. Wenn es Black nicht ist, habe ich verloren. Aber das wäre eine mögliche Option. Es gibt noch mehr wahrscheinlich Optionen mit Lack vorne. Wobei nicht, ich glaube nicht in der Sache, die hier noch übrig ist. Wobei Clack gäbe es wahrscheinlich noch und das C ist ja sogar möglich. Ja, scheiße. So etwas gibt es auch. Okay, wir nehmen aber Black. Wir nehmen die Farbe Black. Ist mir jetzt egal. Und da oben ist jetzt das K dazu gekommen. Okay. Okay, es hört mit K auf. Damit haben wir aber das A gefunden. Das A ist dann nämlich direkt vor dem K. So. Das E kann nicht direkt nach dem T kommen. Also muss das E in der Mitte sein. Also haben wir E, A, K und dann haben wir Tweak. Ja, wir haben Tweak. Ach, ärgerliche Momente. Und da oben auf. Also oben rechts komme ich nicht drauf. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Also ich mache jetzt unten Clack und dann schauen wir, was oben rechts rauskommt. Nicht mal Clack wäre es gewesen. Flack. Okay, ja. Zu viele Buchstaben, die ich noch hätte testen müssen. Okay, und oben hatten wir Night. Oh, die Nacht. Okay. Okay. Ja, war nicht so stark. Ich glaube, es war mein schlechtestes Quirldl bisher. Aber es ist okay. Dann starten wir doch gleich mit der Night in unser normales Wördl. Das war nicht so stark. Dann machen wir mal ein Clack hinterher. Okay. A und H. Ja, das ist leider schon raus. Wollte Flash machen, aber das L ist raus. Aber A, S, H könnte noch drin sein. Was kann vor A, S, H stehen? Leider alles mit Alice raus. Clash ist auch raus. Hm. Trash geht auch nicht. T ist raus. Bresch, Dresch. Klingt irgendwie komisch. Klingt irgendwie komisch. Ah, ich... Hm. Ich würde sagen, nichts mit A, S, H. Das H könnte aber auch noch am Anfang stehen direkt. Wir setzen uns mal am Anfang jetzt hin. Aber jetzt brauche ich dann ein Buchstaben vor dem vor dem A. Das ist schon gar nicht so leicht. Ah. Warte mal, gibt es, gibt es... Gibt es Hort? Ja. Oh mein Gott. Yo. Das war einfach das Wort. Okay. Das ist in Ordnung. Wir starten mit Clack. Nee, Clack ist dumm, weil da haben wir zweimal K. Ach komm, ist jetzt egal. Okay, wir haben in C gewonnen. Dann nehmen wir doch gleich mal den Condain. Ähm. Ähm. Kein A. Kein L, kein K. Ähm. Ja, Core können wir mal ausprobieren. Ach, bin ja dumm. Gibt es Core? Als Mehrzahl? Nein, schade. Hm. Ach, lass mal SCH starten. Aber da ist halt nicht viel möglich noch. auch jetzt. Spielspä. Nee. Charme wäre möglich, aber das ist raus. shore ist aber auch nicht mehr glaube ich ich glaube sth ist doofer start das mal ch starten ich will schon etwas englisches bauen aber englisch ist quatsch an der stelle das mal ist sie woanders hinsetzen das ist mal mit ch auf ach nee kannst du gar nicht das ist mit zehnmal nicht anfangen aber wo könnte sie dann sein ich trüge nee ich hatte eine idee aber die war blöd ich kann mich nicht mehr konzentrieren dreck wir probieren dreck mal aus nee geht ja nicht ks hinten ach komm schon ich habe bisher nur nur den buchstaben c und die anderen sind ausgeschlossen ich kein wort gebaut ist es doch echt traurig ok nicht wir haben ein wort gefunden ok ch ist an der stelle das ist sehr stark ok ch ist an der stelle könnte sch an der stelle sein müsste ein vokal aber am start sein vor dem s usch 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 u ich mein es wäre ein name aber ist uschi erlaubt euch nein schade Keine Uschi Kein I Kein ICH Was kann noch vor einem C stehen? Ein O OCH Hoch Ich habe keine Ahnung Ich bin auch gerade nicht Ich bin auch gerade nicht in der Lage Noch vernünftig zu kommentieren Die Eiche Nein, I Nein, ich I Oh, aber C-H-E Okay, C-H-E Aber das I war dumm Aber ist egal, weil C-H-E haben wir gewonnen Okay Jetzt kann es nicht mehr so schwer Jetzt müsste es machbar sein Jetzt müsste es machbar sein Suche Ja, ich habe lang genug gesucht Schade Kein S, okay Dann ist auch die Buche raus Was könnte noch vor C-H-E stehen Und hat kein A, kein I, kein U Ein O hätte ich noch im Angebot Das ist auch der einzige E Hätten wir noch Also E zwei Zwei E Eche Peche Die Zeche Die Zeche wäre noch denkbar Nein Okay, kein zweites E Shit, das wäre Ja, sonst wäre das hier gelb gewesen Aber dumm Aber richtig dumm Okay, dann muss ein Oche sein Oche Roche Oh, der Roche Die Woche Oder was? Nee, was war es jetzt? Ja, Woche Ach, komm Schade Okay So, lasst uns noch auf Global gehen Da, da, da Das hatten wir schon mal, das Lied Aber ist egal Okay, wir starten mal mit Paraguay Weil ich es kann Okay, das war nichts Äh, dann gehen wir mal wieder nach Europa Italy Oh, starker Treffer Okay, das kann jetzt nicht so weit weg sein Ähm Spanien Okay, es ist glaube ich nicht ganz so dunkel wie Italy Ruiz Ruiz Ist wieder dunkler Äh, heller Dann gehen wir in die Richtung wahrscheinlich Machen wir mal Franz Ah, da wird es auch wieder dunkler Äh, heller Dann gehen wir mal nach Germany Da wird es auch wieder heller Dann gehen wir weiter runter scheinbar Oh, was ist denn hier alles Äh Was ist denn da alles Ägypten wäre da Oh, ich kann nicht mehr schreiben Ägypten Äh, ist auch hell In welche Richtung ist das denn dunkel Ah Was ist hier, Mist Was ist denn direkt neben Ägypten Ach, verflucht Ach, verflucht Ich weiß es nicht mehr Ah, das ist schon wieder ärgerlich Weil das sind Länder, die sollte ich wissen Warte, wo Nee Das ist woanders Ich wollte Algerien Aber das ist woanders Ich wüsste auch jetzt nicht Wie man Algerien auf Englisch schreibt Können wir das mal kurz testen Algerien Algeri oder so Keine Ahnung Wie schreibt man Algeri Nee Ich wüsste Wie schreibt man denn Algerien Keine Ahnung, ne Ist Marokko ein Land Nee, oder Bin gerade schon wieder lost unterwegs Vielleicht merkt man es Boah, ich weiß nicht mehr Was hier oben alles ist Es ist zum Kotzen Es ist zum Kotzen Ich weiß es nicht Was da oben ist Ich meine, wenn hier Italien Dunkle ist, ne Dann wird es wahrscheinlich Da runter gehen Oder wir Okay, wir können auch mal Nach oben gehen Lass mal nach oben gehen Polen Polen Ich schreib mal Belarus Das weiß ich zumindest Wie man es schreibt Oh mein Gott Ich schreib mal Ja, aber das war Mist Nee, das geht nicht da hoch Das geht hier runter Ich muss jetzt das Land hier nachgucken Ich weiß es nicht auswendig Es tut mir leid So Oh mein Gott Es ist doch Algerien da Ich dachte da ist nicht Algerien Morokko Nicht Marokko Uh Und Libyen Libyen ist da Richtig Und Tunesien Oh mein Gott Libyen Ich will Libyen ausprobieren Das ist jedenfalls das Land Was neben Dings ist Was ich wollte Okay, Libya Wobei Na Ist irgendwie nicht so ganz Wir nehmen mal Wir nehmen mal Hä, was war das gerade? Bin ich doof? Tunesien Tunis Oder Tunisia Tunisien nehmen wir mal Okay Tun 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 Tunisia Tunisia Tunisien 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 Das wär's gewesen Ah ok Ich muss aber nach Ah man Ich muss echt mal wieder Geography Games nachholen Okay Lasst uns noch Pokémon Gessen Vielleicht Ja komm Lasst uns noch Pokémon Gessen Wie lange sind wir denn schon In der Aufnahme 41 Ok Keine 20 Minuten Jetzt Pokémon Let's go Ich würde gerne mit Gen 4 starten Und Gen 4 ist Zum Beispiel Palkia Da dürfte ich auch gleich zwei Typen haben Wasser und Drache Ja, let's go Falsch again, aber es geht nach unten Das ist auch schon mal gut Okay, es geht nach unten Dann nehmen wir mal Gen 2 Dann haben wir Flug und Normal Oh, das ist halt jetzt auch super interessant Wir haben die richtige Höhe Also 0,7 Das schließt jetzt natürlich in eine böse Menge aus Und wir haben Gen 3 Wir haben Gen 3 und Höhe ist 0,7 Es kann doch nur ein Pokémon geben Was genau 0,7 in Gen 3 ist, oder? Okay Ähm Tja, nur Wie kriege ich jetzt Gen 3 raus? Ab da hört es jetzt halt schon wieder auf Weil jetzt müsste ich Pokémon aus Gen 3 hinkriegen Ich meine, ich kann Buchstaben eintippen Und gucken, wo Gen 3 dahinter steht So, das kann ich tun Und dann gucken Gen 3 und 0,7 Aber Das ist also Was soll denn genau 0,7 sein? Das ist doch schon wieder Das ist doch schon wieder ganz fette Und guck mal, hier ist es jetzt sortiert 5, 5, 5, 7, 7, 7, 8, 8, 8 Gestern war es irgendwie nicht so Hey, ich verstehe es nicht Jetzt ist es sortiert Aber da oben wieder nicht Gut, weil Rai Quaser zu Mega Rai Quaser zählt Kann man nicht noch Kann ich noch akzeptieren Okay Kein R E Gen 3 und Höhe 0,7 Das ist es fast Wir testen es mal kurz aus Ich will nur mal gucken Ob der mit 0,6 auch den Haken geben würde Das will ich mal testen Würde er nicht Aber wir haben einen Single Type Okay Also Single Type und 0,7 Auch wieder interessant Wir bleiben bei E Gen 3 Also da muss es wirklich exakt 0,7 sein Aber dann muss doch das jetzt Also denkt Also da muss doch das jetzt Muss doch das jetzt möglich sein Keine Ahnung Ah die ganzen Alolan Dinger Das ist natürlich nicht so gut Hier Das ist auch ein geiles Lied Das mal hier Könnte ich mal ein bisschen Ich hab's Ne Rockback Boah krass Es gibt zwei mit 0,7 Die in Gen 3 sogar sind Aber der war nicht Single Type Das ist doch jetzt nur noch Das ist doch jetzt nur noch Suche Ich mein ich weiß Dass ich schon über die Gen bin Aber Gen 3 könnte nochmal vorkommen Okay kommt nicht nochmal vor Ich mach euch kurz den Song Auf Healing ein bisschen lauter Das ist echt schön Einfach Entspannen Und zuhören Okay mit Q haben wir nix W Nee Nee Okay mit W haben wir nix E hatte ich schon Also hier ist wieder sortiert Also keine Ahnung Ich verstehe nicht ganz die Sortiere Mal klappt's Mal klappt's nicht Wahrscheinlich weil dann die ähnlichen Typen zusammenkommen Ich denke so Ja ich glaube ich hab verstanden Wie es sortiert ist So 0,7 Gen 3 Come on Ja Ground None Ich glaub wir haben's Trapinch Ground ist auch noch am Start Yo Es gibt also tatsächlich mehrere mit 0,7 Oh ich hätte gucken können Guck mal hier Weniger wie 21,2 Mehr wie 15,2 Und der hatte genau 15 Daran hätte ich's ausschließen können Okay Okay Interesting Interesting Das war das von gerade Jetzt ist kein Gen 3 mehr Nee Okay Kein Gen 3 mehr Dann T raus Z So viel Pokémon mit Z wird's nicht geben bei Gen 3 Nee Dann U Gar kein Gen 3 mit U Dann I Knapp daneben Bug Dann 0,6 War wirklich richtig knapp daneben Alles andere würde nämlich erfüllt sein Ich nehm's mal kurz Wo Nein ich nehm's nicht Wir haben's hier gesehen Dass 0,6 nicht reicht Ich nehm's trotzdem mal kurz Weil ich dann das Gewicht genauer kontrollieren kann Okay Leichter als 17,7 Aber schwerer als 15,2 Das lässt sich halt dann schon ziemlich stark eingrenzen Ne Das ist das Ding So das war I Okay dann haben wir hier alles gesehen Dann machen wir jetzt O So ich mach wieder leiser die Musik Song of Feelings einfach richtig stark auch von Kyumu Kann man nicht anders sagen So Gen 3 Os Kein Gen 3 O Stabil Gen 3 P Das sind ganz schön viele Aber keins was wir brauchen Ü gibt's nicht ne Ne A hatten wir schon S Gen 3 S Oha kein Gen 3 S oder was Ah ne hier ist noch Gen 2 Da geht's los mit S Okay das sind ganz schön viele 0,7 Krass wie viel es in Gen 3 gibt Da hätte ich eins aber 30,6 Ist leider zu schwer Aber wir sind immer noch in Gen 3 unterwegs Oh Snorunt Snorunt ist aktuell noch möglich Ja Ja Let's go Yes Okay Sehr schön Gut Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen Raus hier Und Tschüss Und Tschüss